So David, heute hast du dein zweites Match und ich habe es mal ein bisschen schwerer gestellt, wie du gesagt hast, aber da spiele ich Psycho Sid, oder auch Sid Vicious genannt, der aussieht wie so ein typischer Reiner, wie so ein Westreiner mit seinen plönen Lockenhaaren, wie die damals aussahen in der 80er, der ist 12,3 oder 12,5 Meter groß, ich weiß nicht ganz genau, ein ganz schöner Bulle, und du mit deiner Managerin Mandy Rose, Mandy Rose, das ging schon, wo er so die ähnliche, die auf 450 Euro Basis bei Bank Cross arbeitet, oder bei X-Hamster, ja, aber das passt zu dich, so eine blonde Dreckschlampe, die so ein Ding, ein Ding Augenbrauen hat, so, ja, so Bonuster für Arme, so, sozusagen. Na, starten wir mal das Match, proben wir erstmal wie Psycho Sid, oder auch Reiner genannt, also ein Reiner mit A, ich möchte es betonen, ja, wie der reinkommt, das ist ein richtig typischer Reiner, die sind meistens über 2 Meter groß, haben blonde Lockenhaare, das sind Reiner, das sind Reiner, für mich zumindest. Die Musik, hey, hey, hey. Da kommt rein, da kommt rein, gucke, die kenne ich auch noch von früher, da muss ich jetzt vorn alt sein schon. Die Lederweste, da toren geil, Brustfahrende Lederweste. Und da oben ist das Original-Video von dem Gummis, so sieht er aus, so sieht er aus, BAM, Junge. Das ist ein schrecklicher Mensch. Da, BAM, BAM, BAM. Und Power der Bulls, hast du gesehen, das ist ein richtiger, aus Hannover, so ein richtig deutscher Reiner, der sich in die Kneipe rumgeboxt hat in der 80er Jahre, so einer ist das. Genau, der zeigt, dass er groß ist. Der ist 2 Meter 3 oder 2 Meter 5 groß, bin mir nicht sicher, aber ein Riese, jedenfalls. Ja, da warte ich schon auf dich. Deine, deine Westfomusik mit den Peitschenschlägen. Und deine, blande Dreckschlange, dein Promos vor Verarme, den Nacken. Mandy Rose. Was ist denn, wenn die alle mal ihre Regeln hat, die hat ja so ein Schlupfer an, hat die dann Urlaub oder hat die dann Sonderfrei oder muss sie sich krank melden, weil das blutet ja dann durch, wenn die dann nicht drunter haben. Ich guck, Alter, wie sie ein Promos vor. Das grinsen da zu geil. Das gefällt dich dir, Lippa, so. Du, jetzt vorderweg, mit der Hände so an die Jäcke, wie du sie echt auch machst, und die alle vollstür. Michael, wenn du zwei Superstars hast, so hungry wie diese zwei, die in den Räumen spielen, kannst du beten, dass es sehr komisch ist. So, jetzt pass auf, wie du gleich reinkommst, wie ich das gemacht habe. Das ist richtig geil geworden, finde ich. Ja, feier dich, Mann, auch. Geil sieht es anders aus, mein Freund. Wer ich sit, wer ich reiner da unten, hätte ich dich schon längst erst mal an den Löffel gezogen. Das wird ein kurzes Match, nehme ich an, für dich. Das du zur Physiotherapie machen kannst, mein Freund. Die brauchst du danach, nehme ich. Ja, oh, du brilig schnell dran. Genau, David, mach ich barren. Sonst, warum? Der nimmt dich, ah, und. Da guckt er uns. Da, ey, keine Chance, David, du hast keine Chance, der ist clever. Und, und der ist richtig stark, siehste. Und dann dich zusammenlatscht. Baut, das ist eine Erfahrung, also man. Genau, du sollst anfangen, Mario, der wartet, der langweilt sich, der Opa. Keine Chance. Wie ein Gorilla. Jawoll. Mit die Ordnung an der Arme bei dem. Geil, wie ein echt. Ja, oh. Da, knallt die Schulter, Junge. Bon. Das ist noch zu früh. Man sieht auch den Größenunterschied, ja? Wahnsinn. David, die du strampelst, wie so eine Gagau-Lake. Ha, von wem, alten Mann, ist ein Kreuzelagchen. Das macht er nämlich mit dich. Oh, das war hinterhältig, David. Das machst du nicht mit einem alten Mann. Und er weiß das. Ich wüsste, dass du das mit Detlef erinnernst. Ich bin nicht so weit, als zu sagen, das könnte es sein. Ich bin nicht so weit, als zu sagen, das könnte ich nicht mit einem alten Mann machen. Kannst du das machen? Du bist nicht mit einer Made. Ich glaube, das ist ein guter Ding. Ich glaube, du könnte das nicht mehr nehmen. Ich habe hier ein paar Bewertungen. Aber nicht perfekt. Oh, David. Oh, das tut weh. Jetzt ein Russian Lexweep. Jawoll. Das macht deine Mandy. Die feiert dich auch noch. das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht du hast den besiegt du bist stärker wie der der hat so gut angefangen alter David ich fasse es nicht ich bin fassungslos Mandy Rose hat noch einen Stuhl drin geschmissen bestimmt zum Bumsen das gibt David fassungslos bin ich und ich hab Sid gespielt oh man nee ja ja ich könnte kotzen ich könnte kotzen alter ich könnte Knochen kotzen ja der Kampf war enttäuschend das stimmt ihr du bist Vielen Dank.